Schon bald ist es soweit, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten wird wieder einmal in Spielfilmlänge zu sehen sein. Dieses Mal wurde das Special in Paris gedreht. Jetzt verraten die Schauspieler, innen, was auf die GZSZ-Fans zu kommen wird und wann die Folge im TV zu sehen ist. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gibt es am Donnerstag, den 23. November um 19.40 Uhr bei RTL in Spielfilmlänge zu sehen. Das hat der Sender nun bekannt gegeben. Das Special spielt in Paris. Dort halten sich Emily, Anne Menden, John, Felix von Yasharov, sowie Laura, Chrysan Dikawasi, auf. Wie RTL vorab über die besondere Folge von GZSZ, auch bei RTL Plus, verrät, soll sich alles um einen perfiden Plan mit einem geheimnisvollen Koffer, eine glamouröse Modenschau und die Liebe drehen. Das Jubiläum-Special wird hoch emotional. Anne Menden sagt in einer Mitteilung des Senders über den Inhalt der Folge. Emily machte gerade eine schwere Phase durch. Die Trennung von Sascha nimmt sie sehr mit. Eigentlich möchte sie hinschmeißen und den Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere, auf den sie so lange hingearbeitet hat, absagen, eine glitzernde und glamouröse Fashion-Show in Paris. Doch dann ein Neuanfang? Felix von Yasharov fügt hinzu, für seine Figur John, der von Laura auf einen Romantik-Trip nach Paris eingeladen wurde, bleibe es nicht nur bei einem Liebestrip. Die Reise entwickelt sich plötzlich zu einem Abenteuer der anderen, der emotionalen und sogar der kriminellen Art. Die Reise ist also nicht nur der krönende Abschluss ihrer Hochzeit, sondern Laura verfolgt einen Plan, den sie in der Hauptstadt der Liebe endlich vollenden möchte, Für sich selbst, für John und für ihre gemeinsame Zukunft? Das wird sich zeigen. Im vergangenen Jahr zeigte RTL auch das große Jubiläum-Special der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten in Spielfilmlänge. Jo Gerner, die Rolle von Wolfgang Barrow, stand damals im Mittelpunkt. Die tägliche Serie feierte im Mai 2022 den 30. Geburtstag.